Willkommen zurück zu New Super Mario Brothers. Jo, im letzten Part haben wir ganz schön gefällt. Hallo, ich war Lackabaus. Okay, was ist hier? Kann ich mir ein 5 Ballett der Piranha pflanzen? Komm, lass erst das andere machen. Ich möchte den Baby. Hallo, das Baby, das sie an den Kanten sehen. Okay, die beiden, schönen Typen. Man kann hier so machen. Und dann auf die drauf. Ah, dieses Level ist scheiße. Äh, mit denen kann man das übrigens nicht machen. Okay, der bleibt. Kannst du auch eigentlich mal warten, weil du es eh nicht schaffen wirst. Das sieht gut aus, weil ich liebe Bausten. Dieses Level ist blöd. Okay, wir schießen schon weg. Und was ist denn da unten? Dankeschön! Lächster Tod ever! Ja, fette Frau! Weiter geht's. Willkommen zu einem neuen Part von... Die könntest du doch eigentlich nur meine neue sparen. Wow, wow! Warte! 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 Ich will den Eichepilz! Nein, du willst sie nicht. Scheiße, der fällt er gar nicht runter, Mann! Warte, ich... Ich will... Ich will gucken, was da unten was ist! Aber... Die will wissen, damit ist... Hilf mir! Kommst du irgendwie zurück? Egal. Warte! Jetzt warte doch mal, vielleicht ist da ein Eilter. Warte! Ach, die Kuh! Es wäre sinnvoller, den hier wegzuholen. Ja, da ist ein Eilter. Ich krieg die Eisblumme! Springen! Fliesen, Fliesen! Boah, du musst springen! Alter! Hast du schon mal was? Alter, warte, das schaff ich! Warte! Ich... Ja, den hab... Und? Die ist mies. Schön mies. Ja, und ich hab sie gekriegt! Weil... Wer ist Leike Baus? Warte! Ich bin Leike! Warte, ich komm da werden total... Alter! Jetzt... Jetzt lenk doch mal mit! Warte! 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 Ja! Ich mach mich auf heute ein! Geht nicht! Geht nicht! Geht nicht! Warte! Ich komme! Warte! Da ist irgendwo... Da kann ich mich noch erinnern, dass hier oben irgendwie so ein beschissenes Ziegel überhaupt war. Ja! Ich geh... Ich geh... Ich geh... Supertime! Ach, gerne muss man einmal rechts rum! Los! Was machst du? Wie? Du musst gleiten! Los! Gleit! Gleitmeeeeeeeen! Gleitmeeeeeeeen! Ja! Spreng! 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 Ich geh... Ich geh... Irgendwie... Nein, komm hier hin! Da kann man hier irgendwie auch so schaffen! Ja, okay! Mein will die Lame Art! Warte! Warte! Oh, das geht einfacher! Boah! Man kann's auch mal nicht... Du brauchst nicht springen! Nicht springen! Jetzt muss man da runter! Boah! Das hat man nicht gewollt! Alter, ich bin in der Bubble. Wartest du mal? Ja! Nimm dir das alter! Eicheleull software, Increment! Huh! Okay. Erstmal kurz die Eicheleullema... warte, wattrr! Nein! Was? Ich Create Fiel für Leute! Au, das ist eine super wiese Dilichen. Du musst da unten auf die... Plattform? Ja, das ist schlimm. Du musst jetzt da links... Boah, Kant! Du läufst, du geh... Boah, was ist das denn für eine Scheiße? So, jetzt geh bitte da hin, rein. Geh da rein! Geh doch einfach da. Nein, geh da hoch. Geh da hin, damit... Sonst kann ich mich nicht mitspulen. Reise ihn ein. Das noch nicht berühren. Boah, egal. Das war ein Versehen, Alter. Jetzt geh da hinten. Egal. Was? Wir haben alles gefunden, okay. Deswegen sollten wir uns beeilen. Ah, scheiße. Alter, ist das ein Messer. Warte da unten! Da unten! Warte, ich mach's und hui! Bleib da! Ich hab's geschafft, Mann! Das war nix! Warte. Lol. Warte! Was? Zur Hölle! Scheiße. Komm, schnell! Warte, ich mach... Nein! Nein! Wuuuh! Komm, wir müssen die roten winzen. Warte, gibt's doch die Synchron-Ansprumbe? Ja, mach! Ja, mach! Ja, mach einfach! Ja, mach einfach! Nein! Mach! Alter, du täterst! Nee, ey, wir kranken fast alle! Nein! Arsprumbe! Boah, du bist so ein Augenblick, Junge! Was? Thank you! Warte! Scheiße! Scheiße! Jetzt machen wir! Boah, ich... Warte, spring jetzt auf! Na wehe, du machst das! Du schaffst das eh nicht! Ich hab das! Jetzt geh'n bisschen nach da! Niiiice! Wir haben den alten Trick wieder ausgepackt! Was?! Boah! Scheiße! Okay! Nee, alter! Wir sehen uns, Simon, gleich wieder kommt! Nein, nein, nein! Hier sind wir wieder! Was ist denn hier? Ne Röhre! Mit was? Mit Grün! Was? Secret Exit! Wuhuu! Alter! Willst mich eigentlich... Ich ver... Ist Secret Exit wirklich? Okay. Wir haben hier Schüttel! Scheiße, das heißt, das Level kommt... Okay. Warte. Scheiße. Egal! Nein! Totfahren! Super Exit gefunden! Ey, alter, sah ich so aus wie ein kleiner Typ of Drog? Jetzt müssen wir... Ich wollte nicht... Nicht jetzt! Äh... Wo führt uns das denn hin? Oh je! So macht man das ja mal totale Verarschung! Wir machen jetzt eben... Secret Exit, aber... werde ich jetzt nicht ausschneiden! Wo... 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 Ich... Wo... Hier... Ich... 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 Warte... Ich... Warte, ich bin kurz invisible. Da bin ich so! Und dann mal so! Und dann so! Und dann nehme ich... Ich will das mitnehmen! Komm! Ich will Eichel. Eichel ist wie cool aus euch. Warte, da unten gibt's Eichel. Nee. Ring! Nein. So, jetzt. Wow, wow, wow! Mein! Dann musst du aber jetzt auch rushen. Boah! Okay, warte, ich wasch jetzt. Ja. Ich bin voll gerascht! Alter, zerquetscht mich nicht wieder. Held! Warte! Die Breitkalt gegen die Wand, ne? Jetzt spring! Ja, da, ich bekomme mein Leben. Wow! Egal. Wenn so super wackelt, da geht das durch hier. Warte, die sperren wir uns alles, netten wir uns auch. Warte, die Scheißkarte. Der ist weg, ist Sommer. Woher hat sie? So. Uh. Zieh! Wow! Wow! Normales Neymar-Stand-Attacker! Ja, hey. Alter, wie ich da.... Alter, wenn du... Zwei... Also wenn du schüttelst, zwei machst, dann kannst du nochmal schütteln. damit kannst du voll hoch das ist voll extrem damit kommen wir jetzt zum Secret Level warte, drück da das will ich noch geh da hoch, links und drück auf den roten Knopf jetzt kommen wir in den Hintereingang vom Bowser Castle der Eilenden geh mal einfach mal den roten Weg nur zum Testen mal, nicht reingehen ich will jetzt eben noch das hier machen ja, aber schau dir mal den Weg an wo geht der rein? in den Hintereingang und damit ist man direkt beim Boss ach ja Hammerfett, ne? Hammerfett, da wusste ich mal was du du nicht wusstest komm, hast du das gesehen? und dann drückst du 2 nochmal guck, das ist Hammerfett ihr braucht mal einen Minipilz ja, dafür für die Röhre bringt die einem überhaupt was weisst du das? ja literacy aber keine Star Wars ich kenn dircein alle Star Wars die soll mitschwerden auch keinen Secret EXIT kein Secret welches schöööööööööööne schöne, schöne, schöne Sarah also später kommt nur 1 scheiße, scheiße, scheiße gibt es ja ein Zechodex? nein wir brauchen die 2 nicht, aber ich, ich, oh, ich hätte die fast anfangen wow, 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 nein, nein scheiße okay, ich aktiviere den 3, macht nicht immer warte, los wow das, warum ist was? nein, ich hab's nicht das war jetzt verschlacht scheiße, scheiße, scheiße was bringt das denn jetzt? ey, den muss man immer wieder verlängern scheiße, ich hab schon verkackt, alter schnell, gleich, bis wir springen jetzt jetzt ja, da, nein nein scheiße jetzt nein, jetzt nein das weiß ich mal nicht, so ein besoffenes blödes munscher, da hat jemand munscher geschrieben munscher 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 noch ein bahn im dunkel waren yay titel nicht redius eventuell warte 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 du musst fahren, aber komm scheiß knurren waren ist deine scheiße in die nach das wegen braucht man das lalala naa alter lass mal like komm hör mal auf immer so komisch und Sachen zu sagen und wofür ist dieser komische scheiter da der jetzt hier kommt äh dreimal das warten findest da cool naa für den aber gleich kommen Sterne da, die Sterne, den muss man du musst, warte, warte bis das ganz hinten ist da muss man so lange wie möglich warten, bis der Stern ganz vorne ist warte ja nein, wir haben schon verkackt warum ganz einfach, weil man den für eine Starkorn braucht nein da bitte nein doch, glaub mir sonst stirbt man du musst jetzt ja ja du musst das schaffen sprich komm, komm ja komm alter, der letzte Starkorn werden wir nicht schaffen komm ja, den muss man so lange wie möglich verlängern alter, warte du musst du musst NEEIN NEEIN wir haben verpackt das ist doch egal wie soll komm, komm hier ist leider kein Stern und jetzt da unten wirst du sehen da unten doch, oder? nein du wirst gleich sehen, wo das letzte ist und das werden wir leider nicht kriegen doch warte, warte, warte warte komm warum verschwendest du das? warte ich will jetzt wissen, wo die Starkorn ist da scheiße, die hätten wir kriegen können oh deswegen hab ich ja gesagt ja, wir sehen uns gleich, wenn wir die Starkorn haben wenn wir die Starkorn haben nee, das mitnehmen ja, aber ich glaub ich das ist einfach eine P-Eichen ne die verschwendest wir haben die wir haben die eingesammelt, wir sehen uns im nächsten Part dann tschau tschau tschau